ja hallo freunde und willkommen zu einem neuen let's play mit mir auf das kind ja und jetzt sind wir auf der flotte hier immer noch und wir machen uns jetzt auf dem weg nach drum und kass so wir fliegen nach drum und kass die imperiale hauptstadt der sitz des imperators und wir sind fast da so ja drum und kass so freunde jetzt sind wir auf drum und kass gelandet so so und wir müssen gleich ein check in machen und mit marco sprechen so dauern wir den check in spaceports all smell the same engine exhaust coolant fluid and spacers you haven't bathed in a week let's get out of this stink whatever the rest of drum and kass is like the air is gotta be fresher than in here hmm ja ja stinkt tatsächlich bist du das erste mal hier i would have figured you'd been to drum and kass before brayden and i moved around a lot when we first got together but we never made it here just a reminder this is an imperial world which means rules rules and more rules if we tweak the local authorities they can make life really hard ja ich bin hier um an den an der hand reinzunehmen an der großen jahr mein Ziel ist um den großen Hunt zu sein, das ist es trotzdem, versuchen wir einen hohen Profil zu halten komm mal, das Mandalorian Enclave ist in der Citadel unser Kontakt ist jemand namens Chris de Marcon wir müssen auch gleich wir fahren jetzt gleich so und wir betreten das erst mal drum und kass hier so so der höchste level den man hier erreichen kann auf drum und kass ist level 14 18 pardon so sind jetzt 4 level unter den maximal level den wir hier erreichen können danach werden wir runter synchronisiert so und wir gehen zu der Mandalorianischen Enclave so ja 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 da steht was über die Wildnis von Dromunca's, das könnt ihr euch auch durchlesen so ja 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 So. Hier steht auch Paz über Caz City, na? Und ja. So, Troncast. Die Citadel, na? Kriegt man ja auch wieder Wissen. So. Wir werden jetzt erstmal Albers Leiche abgeben. Na? Ihr seht schon, die Mandalorianische Enklave. Da steht auch wieder neues Wissensobjekt. So. Und dann gehen wir hier und reden mit dem Imperialen hier, na? Ja. In der Logistik Offizier. Ja. Ja. Hier, sagst du. Einen Moment. Ja. Hier. Wann ist tot. Du hast sicherlich erfüllt diesen Teil. Gib mir einen Moment, um ihre Identität zu verifizieren. Sehr gut. Hier ist deine Dispensation. Wenn du dich nicht bemerkst, brauche ich mich, um jemanden zu klinieren. Und jetzt machen wir das ab. So. 3.000 Punkte. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Wir sollten mit der Christa Marcon reden. Na, das werden wir jetzt machen. Mal sehen, was die uns zu sagen hat. So. Da ist der Ausbilder. Ich weiß. Der heißt Degg. Hier. Und der spricht Huttisch. Na, nuh. La, nuh. Na, nuh. Nuh, nuh. Na. Nuh, nuh. 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 Das ist für alle zugänglich, die in der Zitadelle reingehen können. Also Sid. Inquisitor alle Sid Klasse. natürlich auch und das ist ein wissens objekt über die mandalorianer so hier könnt ihr auch noch mal durchlesen so ja so jetzt gehen wir und reden mit christa we are here for the great hunt we've been sponsored by nemro the hut oh what's this got yourself a pet little system maybe it's not enough to hold a real man's interest anyway i'm not spoken for if that's what you're wondering good to know all the regulars here either scarred up or can't breathe normal air you probably ain't gonna like what i'm about to tell you but there's nothing i can do about it understand there's one spot left open in the great hunt and over three dozen hunters who got sponsorships yeah das sieht nicht gut für die aus those other hunters can go home that spot is mine it's yours if you can get it lots of folks will be thinking the same thing now the hunt master himself will explain how we're gonna sort things out head into the main room and show some respect when the hunt master is done talking come on back in here i'll be handling you from here on out so da haben wir wieder 3000 und richtig so und dann müssen wir mit dem jagdmeister sprechen so quiet quiet you dogs the hunt master is about to speak pay attention and show some respect for once in your lives you were the master you're competing for the last spot in the great hunt by taking down three bounties on droman cars you expect us to hunt here with imperials crawling all over us and this is a job here under let the man talk i want to hear this for all you overblown useless no talent cowards we installed a handy exit door use it now the rest of you the real hunters go see your handlers they'll get you oriented to the planet and assign you three unique bounties everyone who takes down all three of their bounties wins a spot in the final melee anyone who doesn't get all three is out hunting on drummond cars that's suicide i'm grabbing the first shuttle out of here i suggest you do the same friend denkst du ich habe angst do i look like a coward to you now you look like a kid with fire in his eyes the kind of gets himself killed i'm done here may your quarry fall before you hunter well what are you standing around for back to your handler that's christa for you new blood also nochmal zu christa aber mal sehen was die uns wieder zu sagen hat sie gibt uns die erste mission na das werden wir mit ihr reden a dozen cowards just scurried out of here probably won't stop till drummond cars is like he is behind him you understand the basics right three bounties hardest targets on drummond cars gotta get all three to qualify for the final melee enough standing around who are my bounties let's see who your first target is whoa this can't be right you got enemies among the mandalorians or something just tarot blood the mandalorian who killed braden what do you do it'll be fine what are we dealing with here i wouldn't wish this bounty on anybody gotta play the hand you're dealt though the target's a republic noble name of altaka he got captured during an imperial raid brought back here and sold into slavery by mistake didn't think the republic had an aristocracy law of the galaxy anywhere somebody with a fancy name can step on somebody without one they will i'll talk a slave group was building a big old statue in the jungle the slaves rebelled and took over the site nobody can get in there we don't even know if he's still alive if he is the family will pay big will the family pay big for a corpse they'll pay for the body but not as much as alive details are on the higher slip the slaves got themselves a tent camp near that statue they never finished if altaka's still kicking he's probably somewhere in there before you go meet your new best friend the s86k full gauge carbonite armor upgrade you can't shoot a fella with this while he's springing around it's too slow to charge up but once that fella ain't resisting say after a good long beating the s86k will freeze him for transport didn't know they made devices to freeze people carbonite ain't so much freezing as it is well i ain't got a clue really just have fun you find that republic noble fella and claim that first bounty then hurry it on back here as fast as you can so wow 7000 punkte okay wow und 250 bei marco gekriegt so ja und wir haben unseren ersten auftrag den wir werden wir uns in der nächsten folge freunde widmen bis so ich drehe mich um und wir machen die abmoderation bis dahin freunde wir sehen uns demnächst wieder bis dahin wünsche ich einen schönen tag ciao 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 Vielen Dank.